Yo Freunde, bevor das Video anfängt, checkt uns auf Twitch ab, Black Bros Gaming, erster Link in der Beschreibung. Wir streamen jeden Tag, wirklich jeden Tag um 18 Uhr auf Twitch. Kommt auf jeden Fall rein, checkt das ab, zu wild Jungs. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns auf Twitch um 18 Uhr. Haut rein, peace. Nee, kommt jetzt. Nee, wir reagieren jetzt, Digga. Genau jetzt, Digga. Bad Cut, good vibes. Ufo, drei, sechs, eins. Video wurde in Istanbul gedreht, 1,51, Digga. Beat ist von OZ und The Greats. Digga, Jungs, wir sind übertrieben gespannt, Digga. Ich bin echt gehypt, Digga. 1 Minute 51, Digga. Nicht viel, ne? Das ist echt nicht viel. Ohne Hubschimpfung. Und wichtig zu merken ist, ey, wo nur zur Info rauskam, habe ich gesagt, das krasseste Lied des Jahres. Und danach Big Drip. Big Drip, wo daraus kam, weil ich gesagt, Digga, krasser geht wirklich nicht. Dann kam Richard. Dann kam Richard, ich sag, Digga, krasser geht's nicht. Er hat sich von Lied zu Lied gesteigert. Ey, das ist sehr heftig und ehrlich, Digga. Jetzt bin ich wirklich gespannt, Digga. Und das ist dein Lieblingssong, ne? Hat er gesagt? Ja, das ist dein Lieblingssong. Boah, Digga, das ist, ey. Ufo hat, Digga. Egal, ich bin gespannt. Let's go. Let's do it, man. Oh. Die Uhren sind auf jeden Fall am Start. Boah. Chain-Game ist da, Jungs, ne? Schmeckt. Eist auch, Digga. Eist auch, Digga. Eist auch, Digga, every day. Richtig krass, ne? Die ist richtig krass, ehrlich. Ufo ist ehrlich, international anders aus. Der hat ein Label, das heißt, stay high. Heißt, Ufo hat eine Ufo-Chain. Heftig, ich schwöre, heftig. Jeder checkt das sofort. Krass. Oder? Hä? Du bist so scharfen. Digga, doch, diese scharfen. Ja, ja, ich warte, ich weiß, wie wiederum ist. In der Welt gesparen, Jungs. Bitte, Ufo enttäusch dich, du hast dich von Lied zu Lied immer gesteigert, Digga. Jetzt muss echt ein Überbrett kommen. Let's go, Baby on Baby. Ufa, nee, 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 Digga. Ja, okay, das hatte ich ja wie immer schon mal gut anguckt, aber Digger, was sind... Nee, die Schuhe ballern nicht. Und die Hose auch nicht. Und die Hose auch nicht. Jungs, bitte, was ist das für eine Hose, Digger? Man denkt, das sind Obdachlosenhose. Aber die Jacke war krass zum Beispiel, ne? Ja, ich weiß, dass diese Prada hat, ich feier die nicht so, ehrlich. Aber, okay, das hört sich schon mal ein bisschen gut an, Jungs. Okay, let's go. Ah, ey, kennst du das auch, diese Stadt da? Diese Galileo-Stadt da? Die Verlast ist in der Türkei. Genau, das ist diese Stadt in der Türkei. Da gibt... Alle Häuser sehen genauso aus. So wie so, ähm, Dings, wie heißt's nochmal? Äh, Barbie-Haus, so. Das ist richtig krank. Kennst du diese Folge von Galileo nicht? Egal, das ist krass, ehrlich. Heftig. Die sind verlassen, leider, weil die sind insolvenz gegangen. Aber die Häuser sehen so krass aus, ne? So, alle nehmen sie gleich aus. Das ist schon so low, ne? Das ist wirklich chillig. Ja, der ist richtig chillig. Ich bin echt gespannt, Digga. Was da kommt jetzt? Ja, das muss echt noch, Ufo, Bruder. Da war der, da war der, da war der. Ja, okay, der ist echt da, der ist da, der ist da, der ist da. Da war der Ufo 36, Alter. Okay, machen wir einfach mal. Das ist geil, ich schwöre, das Lied geht rein, ehrlich. Der Song ist cool. Das Lied ist geil, Digga. Das Lied ist cool, aber ein bisschen cool. Was sagt ihr, Jungs? Das ist ein bisschen cool. Ich weiß, dass ich mich verpasst. Der ist echt sehr gut, Digga. 1,51, what the fuck, Bro. Aber der Song ist gut. Der geht rein, ehrlich. Hey, da hat er doch auch Dings gemacht, oder nicht? Äh, nur zur Info? Ja. Ja, so eben ist die Szene. Genau. Hey. Oha, Digga. Ein Part? Fahr rein. Das war's? Oh, warte. Könntest du das Lied aller Zeiten, Digga? Aber das war trotzdem Drip, muss man ehrlich sagen. Das war echt. Ey, der Song ist... Der Song ist gut, akkurz, Alter. Das Lied ist echt cool, Digga. Das Lied ist echt cool, Digga. Aber es ist auch cool. Das ist ein cooles Lied. Das ist ein Drip-Song. Das ist wirklich ein Drip-Song. Rauf chillig. Wenn du den Song zum richtigen Viperl hörst, dann sagst du... Okay, der ist cool. Der ist echt cool, ja. Ja, das ist auch ein nicer Song auf jeden Fall. Ufo und deutschen Lied, Digga. Aber ich fand Ritchitch besser. Ritchitch war echt besser. Okay, Ritchitch war echt, glaube ich, Endstufe. Ja, Ritchitch war ein Meisterwerk, finde ich. Ein Meisterwerk. Krasser Gegenart. Ritchitch war echt, echt krass. Das muss ich sagen. Aber ist cool, ist cool. Muss ich sagen.